Im Wintersemester 2018-2019 hat ein Team aus vier Studenten einen Geisterfilm produziert, die GTFO, die Geister-Taskforce Ostfriesland. Es handelt sich dabei um eine Horrorkomödie, die sich im Stile des Found-Footage-Produitionsdogmas an den weltbekannten Geisterjägern aus den 80ern, den Ghostbusters, abarbeitet. Gezeigt wird eine scheinbar hinter den Kulissen spielende Handlung dieses Geisterjäger-Teams. Komödiantische Passagen und Grusel-Effekte mischen sich hierbei untrennbar, ganz wie im Genre der Horrorkomödie. Horrorfilme aller Art entstehen ständig im Fach Produktion digitaler Medien im Studium von Medientechnik an der Hochschule Emden-Lehr.